Das hier ist die sehr, sehr schöne Frauenkapelle in Sonthofen-Oberallgäu. Eine Touristenstadt, eine Bergstadt, circa 20.000 Einwohnerinnen hier in Bayern. Man sieht die wunderschönen Alpen, die Allgäuer Alpen an jeder Ecke. Und das ist hier die süße, kleine, zweimanualige Orgel. Seitdem ich weiß, wie die Pfeifen hier eingesetzt werden, und jede ihren Platz hat, ist es noch schöner, Prospekte anzusehen. Hier der schöne alte Lichtanzeiger. Und hier kann man auch mal einen Blick in die Orgel werfen, mit den dicken Schläuchen, das ist auch immer toll. Danke.